Hallo und herzlich willkommen zum Community Let's Play Supremacy 1914. Ja, es ist ja wieder ein wenig was geschehen, wenn auch nicht sehr viel, da hier unsere beiden Hauptakteure in Form von Österreich und Deutschland sehr gemütlich vorwärts kommen und bei weitem nicht die Möglichkeiten nutzen, die sie durchaus hätten. Also sowohl an Truppen als auch an Produktionskapazitäten wird nicht so ganz ausgenutzt. Von daher wirkt das ein bisschen schläfrig, was da momentan passiert. Normalerweise hätten sie aufgrund ihrer doch recht großen Vormachtstellung eigentlich schon mehr erobern können und hätten auch wesentlich mehr Kriege führen können. Ich weiß, dass beide in der Hoffnung sind, dass da nochmal jemand joint, gegen den sie dann spielen können, der eine Herausforderung wäre oder sonstiges. Aber wenn wir uns die einzelnen Länder angucken, da gibt es nicht mehr viele Optionen. Und wer möchte schon an einem Spiel teilnehmen, das schon über 80 Tage läuft, das bringt nicht sonderlich viel. Und da jemanden zu finden, ist dann sehr, sehr schwierig. Also von daher wird es hier momentan von den beiden ein bisschen in die Länge gezogen. Ich weiß, dass das Spiel gegen KI nicht sonderlich schön ist, aber es lässt sich halt nun mal leider nicht vermeiden. Da muss man den sauren Apfel beißen, das Ganze fertig machen und beenden. Und dieses, ja, Warten, das bringt nicht sonderlich viel. Es verzögert das Ganze nur. Ich sehe uns hier an Tag 100 immer noch spielen, ohne dass es weiter vorwärts gegangen ist. Und von daher, naja, muss man halt mit leben. Wir haben hier unten noch ein bisschen Krieg in Richtung Rumänien. Aber wir sehen hier auch die Geschütze von Österreich. Die schießen jetzt auch schon seit Tagen auf dieselbe Stelle, ohne dass effektiv was Sinnvolles passiert. Weil da wird nicht übergesetzt, kein Nichts, kein Gar Nichts. Weil Rumänien hat letztendlich keine sonderlich großen Einheiten mehr. Also, wie gesagt, alles ein bisschen sehr zögerlich, ein bisschen sehr, sehr langsam. Und kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Jetzt geht es hier hinten mal mit einem kleinen Trüppchen in Richtung Darna. Aber, ja, gemütlich halt. Auch hier nur so ein kleines Trüppchen, 32 Mann in diese Richtung. Da kann man ruhig ein bisschen aggressiver vorgehen und hier unten mehr Personal zum Einsatz bringen. Wie gesagt, hier ist nichts mehr, was hier aufhalten kann. Und wenn er ein bisschen aufgepasst hat, hier hinten in Österreich, dann kann er sich das auch selber ausrechnen. Weil Rumänien war noch im Krieg gegen Algerien und im Krieg gegen Westlöbien. Da steht ja alles in der Zeitung, die Toten, die es da gegeben hat. Und da kann man sich schon so ein bisschen ausrechnen, dass da offengestanden nicht mehr sonderlich viel sein kann. Und, naja, von daher kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, dass da nicht ein bisschen aggressiver gespielt wird. Aber gut, muss man mit Lehm. Rumänien seinerseits hat hier hinten Kofra zurückerobert. Hier hinten in Siliberani gab es eine Revolte. Das ist jetzt halt nach Ost-Algerien gegangen. Aber nichtsdestotrotz geht es halt mit Rumänien zu Ende. Dann haben wir hier hinten in Amerika noch ein bisschen Krieg. Einmal die südlichen USA gegen das Deutsche Reich. Und jetzt hier neu die nördlichen USA gegen das Deutsche Reich. Die Truppen, die ja momentan sind, 55 Mann, 10 Infanteristen, 1 Panzer und 3 schwere Panzer. Die haben auch schon ein bisschen was abbekommen. Von daher ist die Moral da ein bisschen abgesunken. Beziehungsweise Einheiten sind beschädigt, weil halt hier hinten dieser Trupp da schon geschossen hat. Das ist im Prinzip jetzt auch so eine Konsequenz aus nicht aggressiv genug vorwärts gehen. Mit so einem kleinen bisschen hier hinten versuchen, alles zu erobern. Ich meine, es ist klar, dass selbst die südlichen USA noch ein bisschen was hat. Sicherlich, die KI spielt jetzt nicht mega aggressiv und greift jetzt vielleicht auch nicht an oder sonst noch irgendwas. Aber dann hier wirklich nur mit so einem kleinen bisschen hier rüber zu kommen. Bei den Möglichkeiten, bei den Optionen, die man hat, finde ich ehrlich gesagt jetzt nicht so gut. Also ich wäre nicht da mit so einem kleinen Trüppchen darüber gegangen. Nicht mit dem Mittel im Hintergrund. Ich hätte mir, klar, ich hätte mir was zur Verteidigung da gelassen in Richtung Schwene und sowas. Ja, alles klar, ohne Frage und so. Aber halt, wie gesagt, ich hätte meine Produktionsmöglichkeiten und den ganzen Kram, das hätte ich effektiver ausgenutzt und hätte da dann halt mich doch etwas mehr gerüstet und hätte da dann mehr vorbereitet und das alles. Aber das ist so in der Form nicht passiert. Bisher jedenfalls noch nicht passiert. Vielleicht kommt das noch, müssen wir abwarten. Werfen wir noch einen Blick in die Zeitung. Wir haben hier Einwarnkrieg. Nördliche USA mit 32 gegen das Deutsche Reich mit 72. Dann haben wir südliche USA mit 1,69 Millionen und das Deutsche Reich mit 641.000. Die südliche USA mit 28 gegen Österreich mit 181. Wir sehen hier, dass von der südlichen USA noch Schlachtschiffe zerstört wurden, die ja noch irgendwo rumgeschwürzt sind. Dann haben wir noch Österreich mit 691.000 gegen Rumänien mit 1,08 Millionen im Krieg. Und wir sehen hier Ost-Algerien mit 422.000 gegen Rumänien mit 152.000. Von daher, wie gesagt, wenn man sich die Zahlen anguckt und das dann ja auch in den Zeitungen verfolgt, da kommt halt doch wirklich der Kern auf, warum nicht aggressiver? Also wie gesagt, Österreich hätte hier schon dreimal durch sein können, locker dreimal durch sein können. Aber da wird halt nichts gemacht. Und wie gesagt, Deutschland selber nutzt seine Möglichkeiten auch nicht effektiv aus. Was ist... Ja, ich weiß nicht, ob das bringt, da noch groß zu warten. Aber das muss wieder jeder für sich selber entscheiden. Und dann würde ich sagen, schau mal beim nächsten Mal rein. Bis dahin. Tschüss und bye-bye. Tschüss und bye-bye.